China hat auch Angst vor Pferden. Ja, ham ham machen. Oh, ham ham. Ja, komm. Ja, ein schönes Bistuch. Ich habe ja auch Mies mitgemacht. Das scheint sie gar nicht zu haben. Das ist eher so eine Neugier. Hm, guck mal das. Ach, ist nicht so dicht. Nee, ja. Ich hätte jetzt gerne ein Äpfelchen gegeben. Ich habe keinen. China hat Respekt. Hm, ist ja fein. Pferde in Ludwigshafen. Ah, hier gibt es Wanderreiten à la carte. Okay. Fahrt fahren wir auch mal wieder mit dir. Ah, da sieht man auch die runden Puppeln. Dinger. nicht so gut. Ja. aber... Untertitelung des ZDF, 2020